Schauen wir mal kurz Von wo wir jetzt überall hinkommen können Können natürlich auch zum Forest Und uns da dann erstmal ein Schwert ausbilden lassen Vom Forest wiederum Könnten wir zu Fuß oder mit der Kutsche Ah, ich glaube, das ist dann schon besser Hier war jetzt Nein, okay Würde ich schon sagen, dass wir jetzt erstmal zum Forest gehen Und uns kurz einmal im Schwert ausbilden lassen Und im Bogen Das müsste ja lang Von da aus reisen wir dann Zu unserem Anwesen Guten Tag Drei Tage bis Forest Ja, jetzt muss ich hier mal die Gebäude absuchen Wo das jetzt ist Er guckt ein bisschen komisch auch, ne? Der Stadtrat tagt gerade Der tagt gerade, okay Hallo In der Hüpfende Gruppe Guck mal, kann ich auch so hüpfen und in der Luft stehen bleiben Wie kann ich helfen? Geht den Pfad des Lichts Auf Wiedersehen Geheimgang Was für ein Geheimgang? Vor einigen Kriegen hat mein Großvater an einem Fluchtpunnel Vom Elfen-Schloss bis in die toleranischen Höhlen gearbeitet Ich glaube nicht, dass er jemals verwendet wurde Aber das ist doch ein interessantes historisches Detail, oder? Findet ihr nicht? Doch, doch Das ist schon nicht schlecht Erdmagier, Meister Erdmagier ist aber auch irgendwie nicht ganz so wichtig, oder? Irgendwie kann ich Weiß ich gar nicht mehr Erdmagier konnte das irgendwas Gutes Der Stadtrat tagt gerade Die allerbesten Waffen Jo, ich konnte ein bisschen was verkaufen Hier, guck mal Hop Nimmst du das? Das ist jetzt aber auch nicht so Kugel-Sachen dabei, ne? Danke Kommt rein Wie kann ich euch helfen? Wollt ihr was verkaufen? War mir ein Vergnügen Oh, mir erst War mir auch ein Vergnügen Übung macht den Meister Muss mich schon recht hoch Äh Kaufen können mit den Stufen Seid willkommen Leder Großmeister Okay Bogenexperte Da siehst du Da kommen wir doch der Sache näher 2000 Das ist echt teuer Dann können wir uns Schwert nicht mehr leisten Aber Aufgaben habe ich jetzt hier auch nichts gefunden Oh, noch irgendwas hat sie Seltene Fackelblick Großmeister am Speer erlebt Im Nordosten Keine Aufträge Ich dachte Ich finde hier ein paar Aufträge zumindest Seid willkommen Euer Gold ist bei uns sicher Na, weiß ich nicht Was bei euch wirklich sicher ist Falschen Experte Da war ich schon Das habe ich mir schon geholt Wie geht es euch? Ich hätte gedacht Du kannst das Also Wenn nicht du Wer soll das ansonsten Mahlzeit Dolch-Experte Auftrag Während des Während den Kriegen Zwischen den Templern Der Sonne Und des Mondes Wurden drei Statuen Aus Schreien In der Barcada-Wüste Tartaglia Und Evli Gestohlen Ich vertrete Eine Gruppe von Druiden Die diesen Schreien Wieder in ihren Ursprünglichen Zustand Versetzen wollen Ihr Glauben verlangt Dies Zu diesem Zweck Kann ich Jeden eine Beträchtliche Belohnung anbieten Der Die Statuen Wiederfindet Und es In die Schreine Zurückbringt Meisterjäger Der Älsterjäger Sucht ihr etwas? Ich würde gerne Was verkaufen Aha Das ist jetzt aber auch Nichts Guten Umhang Okay Danke für euren Besuch Aber ich bin ganz ehrlich Ich brauche das noch nicht Noch sehe ich das nicht Ich habe gehört Dass ihr der neue Herr von Harmondel seid Vielleicht könnt ihr mir Einen wirklich großen Gefallen tun Und euch dabei noch Selbst helfen Im Norden In Evli Befindet sich eine Halle Unter den Bergen Das Reich des Feenkönig Er schuldet mir nach Einen erwiesenen Dienst Einen Gefallen Und den würde ich jetzt gerne Einfordern Unglücklicherweise Jagen mir die Feen In der Halle Und ihren Tricks Tödliche Angst ein Wenn ihr den Feenkönig Diesen Brief überbringt Und mir das Zurückgebt Dass er euch Auswendigt Wäre ich sehr denkbar Außerdem Hättet ihr selber Die Gelegenheit Den Feenkönig Kennenzulernen Oh Feenkönig wollte ich Schon immer mal Kennenlernen Hab ich den schon Totalisches Holz Okay Da war ich doch schon Da muss ich noch ein Alchemie-Experte Kannst du das nicht Auch schon Fähigkeiten Alchemie 3 Ist wahrscheinlich Ganz schön teuer Griffkarte Kopfjagd Moin Meister Quartiermeister Ist sogar Meister Geheimgang Den Geheimgang Kennen wir doch schon Die ältesten Bäume Willkommen Wo es ist so alt Dass er einen Bewusstsein entwickelt hat Oder etwas ähnliches Der Wald hat eine Ungefähre Vorstellung Davon Wer gerade durch Den Reis Doch nur ein Teil Des Waldes Kann sich den Leuten Beteilen Und das Ist der älteste Baum Wenn ihr einen Sehr langsam Endlosen Unterhaltung führen Möchtet Steht ihr bestimmt Gerne zur Verfügung Ihr findet ihn Auf der Insel Südöstlich des Waldes Er ist größer Als die resten Bäume Ihr könnt ihn nicht Verfehlen Okay Sollen wir hier In die Borg Auch mal rein Kicken Was die so sagen Zu uns Moin Mädels Moin Jungs Hallo Ah ok Darf ich wahrscheinlich Nur hier gerade ausgehen Was passiert hier Hallo Gar nichts Da war ja ein Knöpfchen Servus Leute Wächter 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 Ich find's hier optisch Ganz nett Da darf ich bestimmt Auch nicht reingehen Da darf ich Darf ich mir das Gold Mitnehmen Nein Wir brauchen den Schlüssel Wir brauchen den Schlüssel Ja wo ist denn der Schlüssel Wo ist er denn Komm ich hier wieder hoch Los Los Fahr Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Amtel Also entweder ist jetzt die Kutsche da Oder ich gehe da zu Pusteln Na ganz ehrlich Und ist bald mal wieder Sonder Bald auch Wie lange dauert Und das nach Amtel könnte man rein Theoretisch Arena machen Das war jetzt beides nicht das richtige Und Jungs Verzeiht Kommt ein anderer Tag wieder Was soll das denn Mal kommen Wie kann ich denn jetzt hier am besten wegreisen Einfach nach Zu Fuß wollte ich machen 5 Tage Die Kutsche wäre 2 Tage Und Dienstag Donnerstag Samstag Das war so klar Dass ich Sonntag wieder verpasse Aber dann sparen wir ja trotzdem einen Tag Wenn ich Jetzt hier einen Tag warte Das ist morgen Samstag Dann kann ich Nach Amtel mit der Kutsche Das dauert 5 Tage Und es kostet noch Proviant Aber das kann ich günstig nachkaufen Da gehen wir zu Pusteln Nach Süden Da raus Okay Was wolltest du denn gerade? Und hüpf und hüpf Und hüpf Das machen wir Sind wir hier? Äh Da oben Da waren wir sogar noch gar nicht Und dann haben wir die auch noch gar nicht weggemacht Aber es sollte ja mittlerweile gar kein Problem mehr sein Und dann Warum liegt mir hier jetzt einfach Gold rum Und ein Bogen 170 Gold Einfach so Ist klar Ich weiß nicht was das ist Wem soll das denn nützen? Unser Bogenschützen nützt der Der ist ja Wesentlich besser Äh 5D2 5D2 Ich hab Glaube ich überall den Ne Auch 5D2 Da hab ich die Armpost Da ist die besser Guten Tag Guck mal Guck mal Du mitten auf dem Weg Macht auch keiner weg ne Muss ich mich selber drum kümmern Damit hier mein Dorf auch Schön friedlich und sauber bleibt Hat dich zum Experten gemacht ne Endkörpermagie Ja Meditation Ist leider auch nicht hier Ach stimmt Oh den Ring hätte ich aber echt vergessen jetzt Bin ich ehrlich Ich weiß auch nicht warum da jetzt überall was liegt Ganz nett Aber unnütz Guten Tag Darf ich helfen? Danke Ich danke euch Herr Und Damen bitte Nun kann ich meine Geschäfte fortsetzen und meine Beluste wieder ausgleichen Außerdem habt ihr die Handelsroute für sämtliche Händler wieder sicher gemacht Gar kein Problem Welchen Tag haben wir denn heute? Mittwoch Von hier aus kommt man doch jetzt ins Tal ne Weißt du welche Himmelsrichtung das war? Hier liegt überall Geld rum Wo liegt hier denn überall Geld rum? Bin ich hier nicht schon mal nix gegangen? Süden Da unten okay Guck mal hier aufs Dach Mit dem geübten Sprung Ah das war kein geübter Sprung Ne ich glaube nicht Wenn man hier mal so runter fällt Ne 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 da kommt man nicht raus Was haben wir denn so für Zauber? Verlangsam Ah ok Täuben Erdresistenz Der Todeschwarm ist nicht ganz verkehrt Aber so wirklich Kann ich Erde noch nix abkaufen Hier auch Liegt da einfach rum Kraft 20 Einfach so Hä? Warum liegt denn hier jetzt überall was rum? Da auch Ist das normal dass hier was rum liegt? Ist doch nicht normal oder? Ist normal dass hier einfach so Wollen wir auch so ein guter Regener mit Kraft 20 Achso das Achso das Mondschein Hä? Das hält der mal eher Passiert immer wieder mal Okay Das ist ja auch nicht ganz verkehrt Ne? Das ist echt nicht ganz verkehrt Aber da oben liegt auch nochmal was rum Da Da auch Pils Trank Noch ein Trank Oder ein Gänzchen Noch ein Mondstein Der Hütte Was soll ich hier nochmal? Die Hände Er sieht jetzt nicht so aus als wenn der jetzt hier das Schloss aufbekommt Finde ich Da warst du recht so ein Tormäuse hätte Hätte Art Das würde das Reisen auf jeden Fall Vereinfachen Gehen wir hier mal rum Herum herum Haben wir das ja auch gleich schon geschafft Durch da Hätten wir nicht auch den anderen normalen Weg gehen können Tal der Hügelgräber Gut Machen hier einmal Zwischenspeicher Und Streamspeicher Und dann gehen wir dahin Und Mädels Moin Jungs Ich bin's Düstere Musik hier Ich hab mir ja richtig Angst Schatten Tunnel Okay Wenn ihr es schnell durch die Tunnel nach Neishorn schafft Wollt Äh Wenn ihr es dann Schnell hinschaffen wollt Äh Solltet ihr die linke Abzweigung im Neithunnel nehmen Viele haben den rechten Pfad genommen Und man hat nie wieder etwas von ihnen gehört Aber vielleicht haben sie es bis nach Neithun geschafft Und wurden dann davon in Hexen gefangen genommen Die Medosen kennen wir ja schon Die hab ich auch später nicht so wirklich Lust Was kann ich euch bringen? Och eigentlich gar nix Waldfeldresidenz Sieht so förmlich aus wie so ein Keine Ahnung Thronsaal schon fast Sommerkreis Medusen Sommerkreis Eigentlich gab es mal vier Steinkreise Einer für jede Windrichtung und Jahreszeit Aber der östliche Kreis wurde während des Kriegs Zwischen dem Kult der Sonne und des Mondes Irgendwo in Neithun zerstört Glasflasche für 2000 Gold kaufen Hier Pieps wohl oder was Weiß nicht mal wo ich die verkaufen soll Gucken ob ich ein Gespenstrecht gut weg bekomme Wahrscheinlich kann ich die auch nicht mit Pfeilen treffen oder? Ah gut doch kann ich okay Meine Leute haben Schwäche weil ich Ah Das ist nicht gut Hoffe zumindest den schaffe ich noch Ich hab auch kein Proviant mehr Gut den hab ich noch geschafft Ah ich hatte zu wenig ich hatte nicht genug Essen das stimmt Wahrscheinlich hätte ich fünf gebraucht oder sowas ne Kaufen wir uns jetzt einfach für acht Tage Komm Steinsuppe Es gibt nichts besseres Steinsuppe Weiß ich nicht ob ich das mag Weiß ich nicht Gut und dann pennen wir jetzt erstmal Hoffentlich kommt jetzt keiner Schön Ich glaub hier oben ist die Äh sind die Zwerge ne Irgendwie Brauch das hier schon Aber erstmal machen wir jetzt alle Geiste weg Wir könnten ja auch mal wieder unsere Buffs nutzen ne Wir könnten ja auch mal wieder Oh, ich krieg die auch relativ gut weg. Ich glaube, verlieren die ja nicht Gegensachen, die Gegenstände? Nee, haben kein Gold bei. Erzklumpen ist gut, kann man Waffen draus machen? Nee, da vorne über die Brücke ist das doch. Da oben, was ist da oben? Äh, Zwergenhüllgrab. Ah, ganz im Süden des Westen ist ein Altar mit Szenenstärke und Austausch. Oh, den holen wir uns erstmal. Ganz im Süden. Hier unten ganz. Okay. Komm, der kämpft uns. Boah, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Boah, den habe ich schnell weggemacht. Oh, schnell noch den einen zumindest. Easy. Die schaffe ich doch ganz gut. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass in den Hügelgräbern auch so ne Geister sind. So, jetzt gehe ich richtig. Oh, oh, oh. Wem soll das denn nützen? Gar keinem. Das bringt wirklich gar keinem was. Und die finde ich immer nur den komischen Stab. Ich will mal einen besseren Stab finden. Zumindest, dass er auch mal einigermaßen raushauen kann, wenn es Not tut. Noch ein Erzklumpen, sehr schön. Ist da auch irgendwo eine Brücke. Kann mir nicht vorstellen, dass ich da so jetzt rüber laufen muss. Oder bestimmt ist die Brücke auf der anderen Seite. in die andere Richtung. Können wir aber hier auch erstmal alles erforschen, finde ich. Ah, schnell weggemacht. Ne, nochmal. Jawoll. Ich bekomme. Er findet ein Gegenstand. Abendbrust. So, dass er wird. Tränke. Quecksilber. Reagenzchen. Ah, okay. Ist dann die Tasche wieder recht voll. Dann geben wir ihr die ganzen Blumen. So, Kräuter. Alles das Gleiche. Ah, ich kann auch nicht alles. Wem soll das denn müssen? Sie kann auch nicht alles. Sie kann auch nicht alles. Okay. Und sie kriegt hier die Erze alle. Hast du nicht auch noch Erze? Ja. Und das Fragment kriegt sie noch. Kann man den da raufpacken und dann habe ich da mehr? Nein. Apfel. Wie dieser werden von Magis, äh, Magie gesättigte Bäume hervorgebracht. Sie sind normalerweise aus den Elfenlanden von Hevli oder den Turanischen Wäldern allerdings nicht beschränkt auf diesen Gegenstand. Um den Apfel zu benutzen, klicken sie auf den Leckerbild im Inventarbildschirm. Achso, weil ich den S denke, geht er da unten rein? Ja. Ah, okay. Armbrustkante später verkaufen. Das musst du nochmal erkennen. Was ist das? Heisstrahl. Auch nicht schlecht. Ah, guck mal, da vorne ist die Brücke. Äh, waren wir jetzt hier oben drauf? War da oben drauf nicht irgendwas? Nee, ne? Komm, da. Hier ist es, ja, da ist's gar nix. Nööööööööööööö. Handmal weiter. wo machen wir die geister noch mal weg hier sind das für welche schatten oh nein nein scheiße soll ich sie aber hochheilen die basteln auch schon wieder abgelaufen gold 170 schön ok alles klar schönen abend noch gute nacht vielleicht ja bis morgen oder so gucken ob das da oben irgendwo wo ich auch noch beschossen überall noch monster ein klassischer goggling also er ist aber nicht so treffsicher anscheinend soll mich das jetzt beeindrucken aber mit dem ist auch nicht ganz so leicht der ja die ganze zeit aus der ferne schießen kann nicht so wie die anderen die zumindest erst wenn sie dran sind schaden machen aber ich krieg sie ja auch noch recht gut weg und dann haben sie nicht mal was bei sich verarschung verarschung bringt dir denn feuer überhaupt was dann habe ich natürlich ganz gut schaden gemacht mit dem angriff ab und dann haben sie nicht mehr aber wirst du noch kann jetzt mal hochheilen die immer noch so weit weg geht die eigentlich ganz gut ausgerüstet aber gut sie hat als sonst auch nur eine klerikerin aber kann später kettet tragen hat er noch ein schuss jetzt kommt niemand in der nähe was ist das hier ist der eingang wahrscheinlich unten alleine steht hier direkt vor mir und passiert hier den hinten an natürlich auch schon logisch man kann die ganze gegend zu enden kommen die schaffen jetzt alle bevor sie hier sind nicht mal ein ok aber den wollen wir noch schaffen bevor er hier ist da war auch ein haben wir geschafft auch kein problem wechsel über aber jetzt auch ein bisschen was geisterhaus überhaupt das geisterhaus bock haben sind immer noch nicht mehr ansatzweise im süden angekommen sprung sprung wenn ich fliegen habe ich hier nur noch durch die gegend wirklich jetzt war die sonne geht auf und wir kommen über den berg an schönes bild also auch du und so wirklich was erfolgreiches ist jetzt aber auch nicht gewesen kann es auch sein dass wir hier auch nicht ganz im süden kommen von hier aus kann ganz gut sein kommt wieder am ende der map wo denn es hier auch nichts tolles sprung hier rüber zack weg machen bevor sie hier sind das wäre jetzt wichtig den habe ich ja noch gar nicht abgezogen soll das denn jetzt und doch jetzt mal weg was ist meine zauberin vielleicht wieder weg oder meine klerikerin den habe ich noch geschafft aber da noch alle schaffen soll mich das jetzt beeindrucken soll mich das jetzt beeindrucken müssen wir ihnen dran geben es sind es nix und am besten jetzt auch kleiner manner trank hinterher das war ein guter schuss der hat das wäre wichtig kiel darauf er doch noch ganz gut manner eigentlich unser zauberer und dann hat er denn mit einmal weg vor allem ich finde immer noch relativ wenig dafür dass ich jetzt experte bin im körper ich glaube jetzt schlafen wir hier erstmal oder kann sie noch zweimal heilen dann würde ich vielleicht doch sagen könnten wir hier weiter also von hier aus weitermachen also ohne schlafen meine ich und speichern ganz wichtig alter das habe ich jetzt lange nicht mehr können wir uns leider auch keine buffs geben weil die mana viel zu niedrig ist was nachschauen moment ist klar wem soll das denn das ist eine gute axt vielleicht könnte man die schon mal behalten für später wenn wir mit zwei ächsen rumlaufen was ist da vorne auch noch welche hier sind wieder komische äpfel unterwegs ah da ist jetzt ein sonnenwesen die sind recht stark das weiß ich noch die sind recht stark das weiß ich noch da muss ich erst mal weg hier und sind die ganzen dürfen hier mit geistern besetzt ja die dauern ewig bis ich die weg habe was hat uns eigentlich gebracht dass wir vorhin den bogen hier auf experte gemacht hat haben experte die fähigkeitswert verregert die erholungszeit sprich wir können damit schneller angreifen direkt so auf wo er zeigt er jetzt hier auch zwei finger an was heißt das denn jetzt genau und dann machen wir von hier weiter haben wir den doch aber gleich mal weg gar nicht abgezogen wer war das gut jetzt haben wir den aber weg ah guck mal wenn wir die maus drauf halten auf das ziel geht er dann auch ist auch wichtig ist auch gut zu wissen mal scheiß ähnende mehr soll mich das jetzt beeindrucken ich denke mal den schatten kriegen wir zuerst weg aber gut haut schon ab dahinter kommt gleich noch einer ohne geister noch weg machen treff doch mal hallo 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 sehr gut haben wir hier jetzt erstmal alle weg schon weiter können wir uns gleich mal die gebäude angucken kicken wir doch mal nach liegt auch keiner mehr hier rum schauen wir mal was hier so drin ist stimmt ein großmeister oder so kann ich mir vorstellen karten zu den hügelgräbern die hügelgräber wurden zwar errichtet um gräber räuber abzuhalten aber trotzdem worden ein weg benötigt um sich während der begräbnisse und zeremonien in gräbern zurecht zu finden in der nähe jedes tores werdet ihr plaketten finden die plaketten sind zwar etwas rätselhaft dennoch werden sie euch helfen euch nicht zu verirren solange ihr euch in richtig in die richtung haltet bisher hatte noch kein team ihren nutzen erkannt deswegen verlassen sie die hügelgräber nie wieder wenn sie erst einmal betreten haben jetzt auch also ich bin ehrlich ich bin jetzt auch nicht so die hellste leuchte auf der kerze weiß ich nicht ob ich das erahnen werde was das ist jeden sonntag ja das wissen wir nach rädern kämpfen da warten ist ja nicht sonntags sonntags werden sie immer ausgelassen expertenlehre karten zu den hügelgräbern kennen wir doch alles kennen wir doch alles wasser die feuerresistenz ist ganz gut in der gegend sogar und noch weg komm schon jawoll mit dusen nix geister auch nix bei ist Ich kann die Leute anbrüllen. Geil. Habe ich ja komplett vergessen. Kann ja auch rumschreien. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Mal kommen. Oh, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Gleich ruhen wir uns auf jeden Fall aus. Oha. Obsidian Gargoyle. Ach du Scheiße. Schnell weg. Falter Falter. Na, hoffentlich bin ich weg, dass ich mich mal hinlegen kann. Ja, ab hier können wir uns entleben. Sehr schön. Hätte ich eigentlich mal nicht über den See laufen sollen, ne? Dann hätte ich die vielleicht einfacher wegmachen können. Oder können die da rüberfliegen. Auch schwer zu sagen, ne? Die Gargoyles da, da habe ich nicht so Bock, ne? Die finde ich immer recht stark. Hau ihn doch um jetzt. Easy Nummer. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, wirklich. Komm, bevor ihr noch hier ist, hauen wir ihn weg. Nicht so nahm, hauen wir ihn weg. Ganz knapp, ne? Da hat er wieder Angst, ne? Da hat er wieder Angst. Hä, das sind alles Ärzte? Cool. Feier ich. Muss ich alle mitnehmen? Aus allen kann man ja Rüstung ziehen. In der anderen Stadt. 367 Gold. Sieht zwar nicht drinnen wegen Glück, aber... Halb zu wild. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dachte mir schon nicht. Ich dachte mir schon, dass wir den Sprung nicht schaffen. Aber no Rist, no Fun. Oh, sind die nicht drinnen. Die schaffen wir doch. Soll mich das jetzt beeindrucken? Die schaffen wir doch locker. Nur ein Katzer. Und er ist direkt weg. Er ist direkt weg. Schön. Ah, nix, nix, nix. Obsidian wieder. Davon habe ich jetzt aber auch genug. Erze sind top, dass hier so viele sind. Das ist echt gut. Kommen wir doch bestimmt wieder Gargoyles von oben, oder? Irgendwo, was sind denn das da oben? Sind das überhaupt Gargoyles? Auch nur Schatten? Okay. Was sind denn Snacks? Wir müssen hier wieder rüberspringen. Mit einem geübten Sprung. Ich hoffe nur einmal Schaden. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ja, einmal nur. Gut. Oh, da ist der Rote. Ne. Den schaffen wir glaube ich noch nicht. Da ist noch ein Roter. Alles gut. Oh, wir müssen noch mal speichern. Können wir ja auch einen Kampf machen. Ist ja nun mal. Ah, jetzt ist das wieder. Das tut echt weh. Warum ist er denn direkt hin? Er ist direkt hinter mir. Und noch ein Roter. Ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Wo ist auch immer noch in den Süden, ne? Rote Gargoyle könnte immer noch ein echtes Problem werden. Die Geister müsste ich ja schaffen. Boah, die Geister, die rief, ne? Da komme ich gar nicht drauf, weiß auch nicht warum. Jeden Film hätte ich ja auch mal wieder Lust. Habe ich bestimmt schon vier Jahre nicht mehr gesehen. Den Film muss ich mir bündemnächst mal wieder antun. Ist aber auch zwei Ausführungen vorne, ne? Aber ich sag mal so, die Geister hier habe ich jetzt echt nicht gerufen. Komm, den schaffen wir doch schnell weg. Bevor die, bevor der Rote kommt. Boah, wir sind auch ganz schön gut eingezingelt. Der kommt der Rote schon. Scheiße. Und die auch nicht schnell losfährt, ne? Auch überall. Alles voll. Ich muss hier jetzt echt erstmal weg. Hier kann ich nochmal kurz einen Heilsauber auf ihn machen, damit er nicht stirbt. Aber von der Brücke können wir doch ganz gut kämpfen. Oder sind da jetzt auch nochmal so viele? Was war das? Was ist denn das? Geist. Das ist, das ist ein Top. Das ist ja top. Das ist ja genau das, was wir brauchen jetzt. Boah, was ist er da in der Brücke verpackt? Toll. Von der Seite greift mich ja noch keiner an, ne? Sehr gut. Irgendwo werde ich aber trotzdem noch weiter in den Ball hat. Von dem Buff kann man Feuerresistenz auch immer gut. Ich glaube, bei ihr machen wir auch gleich nochmal Meditation höher. Das ist mir noch nicht hoch genug, was sie an Mana hat. Was hat sie jetzt? 8.50 Uhr, er hat 57, wird 15. Und er ist irgendwie Arsch. Er hat null Intelligenz, Charisma und nichts. Ah, was ist da hinten los? Nochmal zwei Geister. Hier habe ich schon mal einen Safe-Spot. Und wir speichern kurz. Zumindest eine Reihe von der Brücke frei haben. Und dann müssen wir echt auf die andere Seite. Und uns 10 Stärke und Ausdauerwahrers feinig holen. Und da geht's. Ah. 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 Hmm.